Diesen Beitrag widmet Ihnen Landmarkt. Die EGA hat sich als größte Gastronomiefachmesse für das Enstall, Gesäuse und Ausseerland perfekt positioniert. Der Kongress Schladming war für mehr als 85 Aussteller die perfekte Location, um den zahlreichen Besuchern brandaktuelle Informationen zu ihren Produkten, zu Produktneuheiten, Toptrends und tollen Messerabatten mit bis zu 10 Prozent zu bieten. Die EGA wächst und gedeiht. Mit jedem Jahr wird das Angebot größer, werden die Aussteller mehr und die Besucher. Ja, es freut uns wirklich, dass wir auch im Jahr zwei EGA im neuen Gewand es wieder geschafft haben, die Messehalle hier im Kongress in Schladming zu füllen. Das ist schon, glaube ich, ein großartiges Dankeschön auch unserer Mitveranstalter, unserer Aussteller. Wir haben heuer die EGA ganz besonders auch in das Zeichen Regionalität gestellt, in das Zeichen Burger gestellt. Und ich glaube, einer der Highlights, die auch sehr gut angenommen worden sind, ist der Enstall-Rind-Burger. Also ein Burger, der wirklich ausschließlich aus Enstaller Rindfleisch hergestellt wird, von der Fleischereitasche in Stein an der Enz. Und ich hoffe, dass wir mit diesem Trendthema und mit dieser Regionalität auch bei den heimischen Gastronomen gut punkten können. Gerade auch im Hinblick auf die Schwierigkeiten der Bauern, die man ja überall in den Medien mitbekommt und auch persönlich mitbekommt, glaube ich, ist es wichtig, ein Zeichen zu setzen, dass wir die heimische Landwirtschaft unterstützen, die ja ein wichtiger Faktor, eine tragende Säule für den Tourismus, für die Landschaftspflege darstellt. Tolle Kurse und Seminare gaben der EGA zusätzlichen Mehrwert für Vermieter und Gastronomen. Dekorieren und Verzieren waren ebenso eines der Themen wie Latte Art von der Firma Hornig, die ihre Kenntnisse in der hohen Kunst, kleine Gemälde in den Milchschaum zu malen, spannend vermittelten. Musik Ja, schauen wir mal, wir sind fast fertig jetzt. Zwei Standeln haben wir noch vor uns, aber bei uns ist es immer ganz wichtig, es sind sehr viele regionale Anbieter da, was für uns als Genusshütte, wir sind auch wieder beste Hütte von der Steiermark geworden, 2015, 2016 von der Genussregion Österreich. Zusammen ist es immer ganz wichtig und da bemühen wir uns, dass wir natürlich regional bleiben. Musik Musik Um Netzwerke zu knüpfen, zu plaudern und einander zu arbeiten, und einander kennenzulernen, war die After EGA Party der perfekte Rahmen. Bei Livemusik und Gemütlichkeit tauschten sich die Besucher bei regionalen Köstlichkeiten aus und konnten so neben perfekten Produkten für die kommende Saison auch Kontakte knüpfen und Erfahrungen in entspanntem Rahmen austauschen. Musik Die EGA 2015 darf als voller Erfolg verzeichnet werden. Auf die Innovationen und Trends des kommenden Jahres freuen sich Veranstalter und Vermieter gleichermaßen. Bei der EGA, der größten Gastronomie-Fachmesse der Region. Musik Diesen Beitrag widmete Ihnen Landmarkt. Musik Die EGA, der größten Gastronomie, der größten Gastronomie-Fachmesse der Region.